Wer ist Killing Spree? Was verbirgt sich hinter Killing Spree? Was ist das Ziel von Killing Spree? Wo kommt Killing Spree her? All das erfährst du jetzt in diesem Video. Entstanden ist die Gilde Killing Spree im Königreich 48 genau am 19.12.2016. Ihre Neuanfang bzw. ihre Wiedergeburt feierte sie im Königreich 60 Anfang März mit weniger als 30 Mitgliedern und 1 Milliarde Macht. In also nichtmals 6 Monaten sind wir von 1 Milliarde Macht auf 9 Milliarden Macht gestiegen und von ca. 100 Millionen Kills auf jetzt knapp bzw. inzwischen schon 3 Milliarden Kills. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter Killing Spree? Killing Spree ist mittlerweile ein Verbund von 100 aktiven deutschen Lords Mobile Spielern, wo niemand einen Tag offline ist, wo niemand seinen Gildenkameraden in den Stich lässt, die sich von keiner Gilde was gefallen lässt und die noch lange nicht am Ende ihrer Ziele ist. Wenn du Lords Mobile spielst, solltest du dich fragen, was sind deine Ziele in diesem Spiel? Was möchtest du in diesem Spiel erreichen? Was möchtest du mit deiner Gilde erreichen? Und wie kommst du dahin? Wie das bei uns bei Killing Spree aussieht, verrate ich dir gleich. Aber jetzt zeige ich dir erstmal, was wir so bis jetzt in den letzten 5 Monaten gerissen haben. Schau's dir an. Zuerst einmal fing unsere Geschichte damit an, dass wir angefangen haben, obwohl wir eine der schwächsten Gilden waren in diesem Königreich, einfach die stärkste Gilde in diesem Königreich anzugreifen. Wir haben uns nichts dabei gedacht. Angegriffen wird man eh von den stärksten Gilden und wir haben uns gedacht, warum nicht einfach zurück angreifen? Klar gibt es immer mal wieder Spieler in den stärksten Gilden, die man nicht alleine oder als kleine Gilde überhaupt nicht angreifen kann. Doch auf Feldern und ihre kleinen Spieler könnt ihr genauso wehtun, wie sie euch selber. Eine unserer größten Errungenschaften war es, als 6 Milliarden Gilde eine 20 Milliarden Chinesengilde innerhalb von mehreren Wochen von 20 Milliarden auf 14 Milliarden runter zu kloppen und dafür zu sorgen, dass sie das Königreich verlassen. Ich wiederhole es nochmal. Wir hatten 6 Milliarden Macht und es war eine chinesische 20 Milliarden Gilde. Natürlich haben wir das nicht alleine geschafft, aber wir hatten den größten Beitrag dazu. Und das seht ihr auch teilweise hier im Hintergrund. Was bezwingen wir damit? Unser erstes Ziel war es natürlich, als Gilde zusammenzuwachsen. Eine Familie zu gründen, quasi eine Spielfamilie. Wir wollten zusammenwachsen, uns gegenseitig kennenlernen und mittlerweile haben wir einen richtig stabilen Kern, der denke ich auch noch mehrere Monate und Jahre zusammenzocken wird. Doch was sind unsere Ziele? Unser Ziel ist ganz einfach definiert. Wir wollen Spaß am Spiel haben und einer der stärksten Kriegsgilden in Lords Mobile werden. Dieses Hauptziel hat natürlich auch viele kleinere Ziele, die an dessen verknüpft sind. Wir wollen zum Beispiel dauerhaft beim KVK bei der Weltrangliste unter die Top 50 Gilden kommen. Wir wollen bei der allgemeinen Weltrangliste für Kilds bei den Gilden endlich unter die Top 100 kommen. Dazu fehlen uns nur noch 600 Millionen Kilds und diese erreichen wir auch, denke ich, ziemlich schnell. Und dann wollen wir uns dort weiter hocharbeiten. Natürlich haben wir auch andere langfristige Ziele, die jetzt nichts direkt mit Kilds zu tun haben. Wir wollen zum Beispiel als Gilde mal bei dem Baronenkampf mitmachen. Und all sowas sind unsere Ziele, die wir auch in Zukunft verwirklichen werden. Unsere Stärken, die uns keine andere Gilde nehmen kann, sind einfach unser Zusammenhalt und unsere enorme Aktivität und Bereitschaft. Killing Spree greift keine Deutschen an und sieht deutsche Gilden auch nicht als Konkurrenten, sondern Mitstreiter. Wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam Kriege führen zu können und gemeinsam Ziele zu verfolgen. Wir, Killing Spree, bedanken uns bei jedem von euch, der bis jetzt diesen Weg mit uns gemeinsam gegangen ist und auf diesem Kanal gemeinsam verfolgt hat und auch noch in Zukunft verfolgen wird. Dies war ein kleiner Einblick in die Gilde Killing Spree, ein paar Ausschnitte unseres täglichen Kriegslebens. Kein Werbevideo, kein Wir sind die geilste Gilde Video. Einfach nur ein klitzekleines Resümee der letzten sechs Monate hier bei Killing Spree. Wir, die Gilde Killing Spree, freuen uns natürlich weiterhin für euch Videos machen zu dürfen, mit euch Kriege zu führen und wünschen euch, der deutschen Community und den deutschen Gilden natürlich viele Kills, frohes Killen und besonders viel Spaß noch beim Lords Mobile Zocken, Leute. Haut da rein! Auf Wiedersehen!